Wie versteht die AfD, wir sind das Volk? Die AfD macht aus diesem wir sind das Volk ein exklusives Element. Also Volk wird hier im Zusammenhang mit der Abstammung einfach gesetzt. Also wir sind von hier, wir sind das Volk, was hierhin gehört. Und es gibt Völker, die woanders hingehören. Die Völker sind ganz okay, nichts falsch mit diesen Völkern, aber sie gehören halt nicht hierher. Und deswegen, also Vermischung ist da nicht gut, weil dann sind wir ja nicht mehr das Volk. Weil wir sind ja nur das Volk aufgrund dieser Abstammung, wir sind mit dem Boden verwurzelt. Blut und Boden gehören zusammen und diese Konstante muss erhalten bleiben, sonst verwässern wir. Das ist der Gedanke.